Aber was sollen wir machen? Die Chancen dauern. Ja, wir haben bei 1 zu 0 sicherlich die eine oder andere Chance gehabt, auf 2 zu 0, aber leider Gottes haben wir sie nicht verwertet und deswegen ist dann das 2 zu 1 rausgekommen. Das ist der Abstieg jetzt. Naja, mathematisch ist es noch nicht, aber jetzt schaut es natürlich nicht sehr gut aus, das muss ich Ihnen sagen. Das ist morgens.